Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch gut. In meinem neuen Kochbuch Together dreht sich alles darum, wieder Leute zu euch nach Hause einzuladen und die wunderbarsten Festessen zu kochen. In einem Kapitel geht es um Cocktails. Das liegt mir sehr am Herzen, denn ein schöner Cocktail hat die Fähigkeit, Menschen zu entwaffen, sie zu stärken und dafür zu sorgen, dass sich alles einfach schön anfühlt. Es ist eine großartige Art, jede Mahlzeit zu beginnen und auch zu beenden. Das, meine Freunde, ist ein Royal Mojito. Lasst mich euch das Kapitel im Buch zeigen. Ich finde es ziemlich inspirierend. Da drin sind meine größten Cocktail-Hits. Wir beginnen den Royal Mojito mit 50 Millilitern von einem schönen weißen Rum. Ihr könnt so ein kleines Barmaß verwenden. 25 Milliliter schöne Limette. Es sieht toll aus, wenn ihr ein bisschen von der Limettenschale als Garnitur verwendet. Und es riecht super. Benutzt einfach eure Messerfertigkeit, genau so, und dann nehmen wir das ab. Wenn ihr die kleinen Limettenkapseln lösen wollt, rollt die Limette und dann könnt ihr die wunderbaren Öle riechen. Ich werde das nicht abmessen, denn jede Limette hat ca. 20 bis 25 Milliliter Saft. Rein damit. So bekommt ihr die frische vom Rum. Das wunderbare Aroma der Limette und die Säure. Dann müssen wir das mit etwa 15 Millilitern Zuckersirup ausbalancieren. 15 Milliliter oder einfach frei nach eurem Geschmack. Ihr könnt weißen oder braunen Zuckersirup verwenden. Oder auch einen neutralen Honig. Der muss nur ziemlich geschmacksneutral sein. Zuckersirup ist etwas, das Barkeeper auf der ganzen Welt verwenden. Er wird oft aus weißem Zucker und Wasser hergestellt. Man muss die gleiche Menge von beiden zum Köcheln bringen, bis das Ganze klar wird. Man lässt es abkühlen und füllt es ab und schon kann man damit seine Cocktails ausbalancieren. Es gibt natürlich verschiedene Zuckerarten in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Farben. Das hier ist ein Demerara Zuckersirup. Der ist super. Aber wenn Zuckersirup machen euch zu umständlich ist, könnt ihr auch einen schönen Ahornsirup nehmen. Das funktioniert wirklich gut. Er hat ein ähnliches Geschmacksprofil, schmeckt freundlicher und ich habe ihn immer da. Fertig. Also rein damit und dann füge ich etwas Eis dazu und ihr könnt das Ganze entweder rühren oder schütteln. Was ihr außerdem tun könnt, ist ein schönes kleines Münzblatt zum Dekorieren zu pflücken. Das kommt dahin, neben dieses schöne Stück Limettenschale. Und diese kleinen Blätter reißt ihr einfach ab und schmeißt sie hier rein, damit sie beim Schütteln gut zerstampft werden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Cocktail in einer größeren Menge machen. In meinem Buch erkläre ich euch, wie ihr bei eurem Essen oder den Getränken Zeit gewinnen könnt. Ihr könnt größere Mengen am Vortag vorbereiten, indem ihr alle Zutaten mal 5, 10 oder 20 rechnet. Am Tag selbst müsst ihr das Ganze also nur noch über Eis gießen, es ist so einfach. Also lasst uns schütteln. Und dann schütte ich das hier aus dem Glas. Damit habe ich ein hübsches kleines Coupé-Glas gekühlt. Und da gieße ich das jetzt rein. Dekoriert euer Glas mit eurem kleinen Münzblatt und rollt etwas Limettenschale auf. Und dann könnt ihr das Ganze mit eurem Lieblings-Shampoos auffüllen. Ihr könnt Champagner nehmen. Oder Cava oder auch Prosecco. Ich habe hier einen schönen Champagner. Und das, meine Freunde, ist der Royal Mojito, duftend nach Minze, Rum und der Süße des Demerara-Zuckersirups. Prost! Und das, meine Frau, wir können hier eine Pilze hinzugehen. Ichorigat! Vielen Dank.